Hey Leute, was geht ab? Bei einem neuen Video von mir. Hier ist euer Andi und der Kommentar noch mein Freund Armin. Und heute spielen wir mal Fortnite wieder. Komm, wir spielen eine Runde Duos. Ja, mach Duos. Let's go! Und ja, wohin sollen wir gehen? Hä? Armin! Wohin gehen wir dann? Und ja! Und ja! Und ja! Oh, 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 oh. Tilted. Keine Ahnung, ja, Double. Double, Fake. Fake. Wenn wir Fake sehen, dann geben wir richtige Double. Da ist Kackloot, lass lieber dann richtige Double. Nein. Ja, richtige Double. Richtige Double. Grüne Pump, es lenkt voll. Echt? Krass. Fantastisch. Lagerfeuer, wenn du brauchst. Nein, du hast eh 100 Leben, meinte ich. Ja, ich bin bei dir. Ein Kill. Sauber, Digga. Er kommt. Einer kommt. Leider nicht, Digga. Ich guck, um du guckst. Ich guck, um du guckst. Hab ich. Sniper, Muni, brauchst du? Digga, hier. Digga. Hast du Pump, ähm, nein, Pistolen, Muni? Der hat aber gut Schaden gedruckt. Komm. Komm mal. Aber ich hab was für uns. Gib. Gib, das ist ja nur. Gib. Buttig. Da mit Komm Ich hab keinen Bock, damit du stirbst Okay, Digga, Leute Drückt uns bitte die Daumen Da ist einer Nein, Digga, der hat mir Hedge gegeben Der hat mir Hedge auf die Mutter gegeben Nein Und Leute, das war's mit dem Video Und Leute, ciao Und Leute, das war's mit dem Video